Achtung, wichtiger Hinweis. Free Truth Media verwendet ausschließlich Zahlen von öffentlichen Institutionen. Die aktuellen Fallzahlen entnehmen wir aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts, den Gesundheitsämtern, der Bundesregierung sowie Landratsämtern der Regionen, über die wir berichten. Die Zahl der Intensivbelegungen entnehmen wir aus dem DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts. Alle anderen Berichte stammen aus öffentlichen Medien. So möchten wir die Verbreitung von Fake News unterbinden. Wir möchten unsere Zuschauer bitten, sich immer eine eigene Meinung zu bilden und selber zu denken. Herzlichen Dank. Hallo zusammen, es ist Freitag, der 5. März. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und noch einmal in dieser Woche für euch. Die aktuellen Corona-Fallzahlen aus Deutschland. Positiv getestet 2.482.522 Personen, gesundet 2.292.100. Verstorben an oder mit Covid-19 71.504. Hospitalisiert heute Stand 12 Uhr, 2.758 haben wir 44 weniger als gestern. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in ganz Deutschland. 118.918 Personen haben wir plus 1.616 neue positive PCR-Tests. Im Prozent liegt man immer noch bei 0,14 Prozent und ihr wisst, das heißt 99,86 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in ganz Deutschland, zumindest gesundheitlich von Corona, nicht betroffen. Und der R-Wert liegt bei 0,99. Hier haben wir Stand 4. März. Und die 7-Tage-Inzidenz für ganz Deutschland liegt bei 65,4. Hier haben wir Stand der 5. März. Wir schauen nach Bayern. Positiv getestet 4.43.181 Personen, gesundet 412.300. Verstorben an oder mit Covid-19 12.583. Hospitalisiert heute Stand 12 Uhr, 436 haben wir 11 weniger als gestern. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen im Freistaat Bayern 18.298. Hier haben wir plus 268 neue positive PCR-Tests. Im Prozent liegen wir bei 0,13 Prozent. Und auch in Bayern heißt es natürlich, dass 99,87 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner, zumindest gesundheitlich von Corona, nicht betroffen sind. Und die 7-Tage-Inzidenz für den Freistaat Bayern liegt bei 69,1. Laut dem Robert-Koch-Institut vom 5. März, und da schauen wir natürlich auch heute wieder hin, 8.600 Personen genesen in den letzten 24 Stunden in ganz Deutschland und dagegen überstehen 10.580 neue positive PCR-Tests. In Bayern sind in den letzten 24 Stunden 1.300 Personen genesen und dagegen überstehen in Bayern 1.593 neue positive PCR-Tests. Der Blick auf die Intensivstationen. Hier haben wir heute, 5. März, 12 Uhr aus dem DIVI-Intensivregister. Der Anteil der Covid-19-Patientinnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten. Und da liegen wir in Bayern heute bei 12,9 Prozent. Wir haben einen Rückgang zu gestern. Und im Nachbarland Baden-Württemberg liegen wir bei 9,8 Prozent. Hier ist der gleiche Stand wie gestern. Das war Deutschland und Bayern. Und wir schauen in die Regionen. Der erste Stopp natürlich heute wieder in Kitzingen. Aktuell 5. März. Positiv getestet 2.238 Personen. Gesundet 2.073. Verstorben an oder mit Covid-19 78. Und momentan wird in der Region Kitzingen eine Person auf der Intensivstation behandelt, die dort an oder mit Covid-19 liegt. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in Stadt- und Landkreis Kitzingen 87. Immer 4 weniger als gestern. Und im Prozent liegen wir bei 0,09 Prozent. Ja, 99,91 Prozent. Alle Bewohnerinnen und Bewohner in Stadt- und Landkreis Kitzingen zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Kitzingen liegt bei 55,9. Und der nächste Stopp ist Schweinfurt. Positiv getestet 4.923 Personen. Gesundet 4.637. Wie gesagt, immer noch circa. Sie können sich immer noch nicht einigen zwischen dem Landratsamt bzw. Gesundheitsamt und dem RKI. Immer noch eine kleine Differenz. Verstorben an oder mit Covid-19 170 Personen. Und momentan wird in der Region Schweinfurt drei Personen intensivtechnisch behandelt, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in Stadt- und Landkreis Schweinfurt 116. Mal plus 23 neue positive PCR-Tests zu gestern. Im Prozent liegen wir bei 0,06 Prozent. Heißt natürlich 99,94 Prozent. Alle Bewohnerinnen und Bewohner in Stadt- und Landkreis Schweinfurt zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Schweinfurt liegt bei 50,2. Das war Kitzingen und Schweinfurt. Und wir schauen weiter. Der nächste Stopp in Miltenberg. Heute aktuell 5. März. Positiv getestet 4.319 Personen. Gesundheit 4.069. Verstorben an oder mit Covid-19 112. Und momentan werden in der Region Miltenberg zehn Personen stationär behandelt, die dort an oder mit Covid-19 im Krankenhaus leben. Und von diesen zehn Personen werden zwei Personen intensivtechnisch betreut. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in Stadt- und Landkreis Miltenberg 138. haben wir plus drei neue positive PCR-Tests. Im Prozent liegen wir bei 0,10 Prozent. 99,90 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in der Region zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Miltenberg liegt heute bei 53,6. Der nächste Stopp. Main-Spessart. Positiv getestet 3.246 Personen. Gesundheit 2.950. Verstorben an oder mit Covid-19 186. Momentan werden in der Region Main-Spessart neun Personen stationär behandelt und davon keine Person auf der Intensivstation. Und somit heute aktuell positiv getestete Personen in der Region Main-Spessart 110. haben wir plus 14 neue positive PCR-Tests. Im Prozent liegen wir bei 0,08 Prozent. 99,92 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in der Region Main-Spessart zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region liegt bei 50,7. Der letzte Stopp für diese Woche der Main-Tauber-Kreis. Positiv getestet 3.297 Personen. Gesundet 3.091. Verstorben an oder mit Covid-19 69. Momentan keine Person auf der Intensivstation. Ja, und somit heute aktuell positiv getestete Personen. In Main-Tauber-Kreis 137. Haben wir plus 20 neue positive PCR-Tests. Im Prozent liegen wir bei 0,10 Prozent. Auch hier heißt es 99,90 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in der Region. Zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die Sieben-Tage-Inzidenz für die Main-Tauber-Region liegt bei 57,4. Stand 5. März. Das waren die Meldungen und die Zahlen aus den Regionen noch einmal für diese Woche. Und wir schauen weiter zu den Meldungen. Ja, der Wochenabschluss hat es natürlich noch mal in sich. Viel los heute. In Bayern läuft immer noch die Kabinettssitzung. Dazu kommen wir später noch mal. Aber ein paar interessante Sachen heute gefunden. Die neue Taskforce. Ich habe keinen Schreibfehler. Ich wollte Taskforce schreiben. Und dann hat mir aber mein Schreibprogramm Taskforce vorgeschlagen. Finde ich auch für den Begriff besser. Denn es ist jetzt die neue Vereinigung, um diese Schnelltests zu besorgen. Und der Herr Spahn hat heute Morgen in der Pressekonferenz mit dem Herrn Wieler gesagt, also Deutschland ist Logistik-Weltmeister. Ja, Deutschland vielleicht schon, Herr Spahn. Aber es lustiger an der Sache ist, mit wem er diese Taskforce bestreitet. Und zwar, ja, mit dem Herrn Scheuer. Den Herrn Scheuer kennen wir alle von der sogenannten Maut. Dem Maut-Debakel. Der hat da schon richtig viel Geld kaputt gemacht. Naja, und jetzt ist er dann noch in der Taskforce, um diese Schnelltests zu beschaffen. Wir haben ja gelernt in letzter Zeit, Geld spielt in Deutschland keine Rolle. Und so hat auch der Herr Scheuer wieder eine neue Position. Hat für viel Spott gesorgt. Und ein ganz toller Kommentar war heute, Spahn und Scheuer sollen zusammen die Taskforce Testlogistik leiten. Als würde man der sinkenden Titanic die brennende Hindenburg zur Unterstützung schicken. Fand ich sehr wichtig, witzig und passt eigentlich zu der ganzen Konstellation. Und der nächste CDU-Politiker ist in einen Maskenskandal verwickelt. Ihr wisst es, der Herr Nüßlein war der Erste. Jetzt haben wir hier nochmal die Firma von Nikolaus Löble. Es soll um 250.000 Euro gehen. Man muss aber auch dazu sagen, ich kenne den jetzt nicht aus seiner politischen Karriere, aber gerade beim Herrn Nüßlein, der war immer sehr kritisch der Regierung gegenüber den Corona-Maßnahmen gestanden. Wir gucken einfach mal, was unterm Strich herbei rauskommt und vor allem, wie vielleicht der Herr Spahn damit noch verwickelt ist. Die Staatsanwaltschaft prüft es. Der Spiegel, heute titelt, erfordert den Rücktritt von Herrn Spahn, obwohl das Nachrichtenmagazin findet, dass auch die Kanzlerin gehen müsste. Ja, es reicht, Herr Spahn, titelt das Hamburger Nachrichtenmagazin und schreibt, eigentlich wären zwei Rücktritte fällig. Und zwar von dem Herrn Jens Spahn und der Frau Merkel. Ja, der Spiegel sagt, der Herr Spahn hat es vergeigt bei den Masken, dann hat es vergeigt beim Impfstoff und jetzt hat er es vergeigt bei dem Schnelltest. Aber, lieber Spiegel, es gibt jetzt die Taskforce und zusammen mit dem Herrn Scheuer wird er das schon wieder in Ordnung bringen. Und Gott sei Dank haben wir ja in Bayern unseren Herrn Söder, der hat heute in der Kabinettssitzung gemeint, er hat so viele Schnelltests, er hat sich nicht auf den Bund verlassen. Wir schauen mal weiter. Und die Frau Merkel hätte ja heute Nachmittag ihr Treffen mit den Wirtschaftsunternehmen. Da ging es um diese Testung in den Firmen. Aber da gab es eine Absage und zwar die deutsche Wirtschaft habe nach Angaben des Arbeitgeberverbandes der Bundesregierung ein konstruktives und praktikables Angebot zur Ausweitung der Testkapazitäten gemacht. Aber eben gegen eine Testpflicht. Denn eine Testpflicht stößt in der Wirtschaft auf Ablehnung. Also, da hat die Merkel mal Gegenwind bekommen und nicht Rückenwind. Und die sagen, die Arbeitgeber ganz klar und die Wirtschaftsverbände verpflichtend, können wir das natürlich nicht machen. Ich denke, da hätte es auch natürlich gerichtlich ganz schön viel Klagen gegeben. Der Impfausweis ist mein Unwort des Jahres 2020 und 2021. Letztes Jahr war das Wort Impfausweis noch eine Verschwörungstheorie und jetzt in 2021 ist es zum Unwort geworden. Denn die Veranstaltungswirtschaft hat ja jetzt in diesen neuen Öffnungsszenarien noch keine Beachtung gefunden, ähnlich wie die Hotellerie. Und jetzt sagen die, Mensch, wir könnten doch aufmachen. Und zwar sagt das der Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, den Zeitungen der Funken-Mediegruppe, mit der Durchführung von Schnelltests oder einem Impfausweis sowie einer Kontaktnachverfolgung während Spielstätten so infektionssicher wie jedes Kaufhaus, so der BDKV-Präsident. Also hier geht es wieder um den Impfpass. Es geht um die Kontaktnachverfolgung. Haben wir schon die ganze Woche und jetzt kommt dann auch noch die WHO am Freitag und sagt, also so einen geplanten Impfpass findet sie nicht richtig. Und spannend ist auch, warum sie das sagt. So sei unsicher, wie lange die Immunität nach einer Corona-Impfung anhalte, WHO-Regionaldirektor Hansjörg Kluge der Zeitung Die Welt. Auch könne die Impfung nicht unbedingt verhindern, dass der Empfänger andere Menschen anstecke. Okay, die EU-Staats- und Regierungschef hatten bei ihrem Gipfeltreffen vergangene Woche die Einführung gefordert. Jetzt sagt er, hey, es ist ja noch gar nicht sicher, was die Impfung alles macht. Wissen wir. Keine Entschädigung. Gesetz schützt die Regierung und zwar heute um 13.10 Uhr. Die Hotelbranche ist gescheitert mit ihrer Verfassungsbeschwerde zur Entschädigung. Die deutsche Hotelbranche ist in einem Medienbericht zufolge erneut in Sachen Corona-Entschädigungen vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Er müsse von einer herben Enttäuschung des heutigen Tagesberichten zitiert der Spiegel aus einem Schreiben von Markus Luth, dem Hauptgeschäftsführer. Und die Begründung des Gerichtes war, das Bundesverfassungsgericht hat uns heute bei unanfechtbarem Beschluss und ohne weitere Begründung mitgeteilt, dass unsere Verfassungsbeschwerde gegen die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes nicht zur Entscheidung angenommen werde. Ja, es ist ja jetzt gestern verlängert worden, die epidemische Lage in Deutschland und es gibt jetzt keine Entschädigung und die Regierung kann jederzeit die Gastronomie schließen, einschränken, Übernachtungen verbieten, ohne dass dann Ausfall gezahlt werden muss. So viel für die Hoteliers. Leider. Und heute, ich habe gedacht, Mensch, da werden die ganzen Bundeswähler schon geimpft, nein. Die wollen alle impfen lassen, aber das, was man heute gesehen hat, das war ein Testlauf. Und zwar haben die heute geübt im Berliner Corona-Impfzentrum in Treptow. Da sind die alle mal hingefahren und haben geübt, wie es denn jetzt wäre, wenn sie geimpft werden würden. Es gab noch keinen Impfstoff, aber sie haben schon mal Platz genommen und ja, sozusagen eine Generalprobe gemacht. Und was ich auch nicht wusste, bei der Bundeswehr, wenn man sich nicht impfen lässt, gibt es eine Strafe, weil im Dezember hat einer geklagt, dass er sich eben nicht impfen lassen möchte und es war ein Hauptfehlwebel, der hat verloren. Und übertragbare Krankheiten beeinträchtigen die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Deshalb müssten Soldaten die Einschränkung des Rechts auf Unversehrtheit hinnehmen. Wow, finde ich krass. Also, ob das vielleicht viele Soldaten gewusst haben. Aber so ist es. Und natürlich noch mal vor dem Wochenende ein paar Skurrilitäten. und die kommen als erstes von unserem Herrn Lauterbach. Öffnungsschritte werden größtenteils nie kommen. Wir haben ja die Liste gesehen mit den ganzen Öffnungsmöglichkeiten und den ganzen Werten. Und es ist verrückt, weil er hat leider recht. Es ist ja immer an diesen Inzidenzwert 150 und dann drunter gekoppelt. Und wenn wir jetzt nur mal das Schweinfutter Beispiel nehmen bei uns in der Region. Die lagen letzte Woche, Anfang letzter Woche noch bei um die 20. Jetzt liegen sie um die 50 eine Woche später. Das heißt also, letzte Woche hätten sie alles aufmachen können. Also zumindest, was diese Liste da beinhaltet. Und diese Woche oder am Ende der Woche schon wieder gar nichts. Und nach dem Wochenende wahrscheinlich noch viel weniger. Also die 50 langfristig zu unterschreiten, wird wahrscheinlich sehr, sehr, sehr kritisch. Und da muss man ihm leider recht geben. Und vor allem, wenn jetzt noch die neuen Selbsttests kommen. Ja, morgen gibt es die bei Aldi. Zu einem Schnäppchenpreis, muss ich sagen. Also 24,99 Euro, fünf Stück. Das heißt, einen je Einkauf. Aber, stimmt nicht ganz. Weil heute im Kabinett hat man nämlich in Bayern zumindest nochmal die Frage aufgeworfen, wenn ich so einen Schnelltest mache und der ist positiv, was dann? Dann muss man ja auf die Bürger vertrauen, die dann mit dem Positiven beim Hausarzt anrufen und sagen, ich möchte einen PCR-Test haben, weil mein Schnelltest, den ich daheim gemacht habe, ist positiv. Wenn das keiner tut, sondern sagt, ich probiere jetzt einfach so lang diese ganze Packung durch, bis ein negativer dabei ist und dann rausgeht, wird es auch wieder schwierig. Denn der Herr Söder hat ja gesagt, wir brauchen einen Freitestpass, der dann für 24 Stunden gültig ist. Und den bekommt man aber nur, wenn man am Testzentrum sich testen lässt. Also diese Tests aus der Apotheke-Drockerie oder aus dem Supermarkt bringen eigentlich nichts, weil es gibt keinen Beleg. Außer ich habe ihn vielleicht in der Hosentasche und gehe dann zum Einkaufen und zeige dem vom Laden oder vor der Wirtschaft vor. Man weiß es nicht, ob das dann gültig ist. Sind wir mal gespannt. Jetzt kommt echt der Hammer und zwar gibt es Reiseveranstalter, die jetzt schon Impfurlaub anbieten. Ja, mit denen kannst du in die Ferien und in den Ferien wirst du dann geimpft. Das ist kein Spaß. Ich habe das wirklich nachgeschaut und Fit Reisen bietet dieses an. Und zwar nennen die das Impfreisen. Lassen Sie sich im Urlaub gegen Corona impfen. Hammer, oder? Und dann Impfen bei Fit Reisen. Mit der größten Verfügbarkeit des Impfstoffes werden demnächst auch Impfreisen möglich sein. Als Europas führender Anbieter von Gesundheits- und Wellnessreisen erarbeiten wir mit unseren Hotelpartnern aktuell Konzepte, wie sie während einer Reise mit uns eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten können. Denn dieses soll im Rahmen eines Gesundheitsurlaubs beim fachkundigen Arzt stattfinden. Hammer, oder? Also die, du, mir fehlen die Worte. Mir fehlen echt die Worte. Und erst nachdem ich den neuen Bericht vom Power-Ehrlich-Institut wieder heute mir angeschaut habe, ich mache den euch in die Filmbeschreibung rein. Er ist sehr lang, aber es ist einfach wieder mal so, keine Personen, die unmittelbar oder mittelbar nach der Impfung verstorben sind, führt das Paul-Ehrlich-Institut auf die Impfung zurück. Es ist einfach so, man kann es gar nicht anders da sagen, 330 Todesfälle bei Geimpften im Alter von 33 bis 101 Jahren wurden gemeldet. 269 Todesfälle betrafen Personen, die mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft worden sind, bei 60 Todesfällen. War nicht angegeben, mit welchem Covid-19-Impfstoff sie geimpft worden waren. Finde ich auch schon wieder immer diesen skurrilen Satz, das Paul-Ehrlich-Institut bewertet, empfiehlt die Impfstoffe und die müssen auch die Risikoanalyse machen und die wissen jetzt schon wieder bei so vielen Fällen nicht, welchen Impfstoff die Menschen überhaupt hatten. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also, der Median des Alters betrug 86 Jahre, das mittlere Alter 83 Jahre von den Verstorbenen und jetzt kommt wieder der klare, klassische Spruch, der zeitliche Zusammenhang zwischen Impfung und dem tödlichen Ereignis variierte zwischen einer Stunde und 34 Tagen nach der Impfung mit dem BioNTech-Virus und unten kommt dann nochmal 95 Personen mit multiplen Vorerkrankungen sind entweder an der Verschlechterung ihrer Grunderkrankung, einer anderen Erkrankung, unabhängig von der Impfung oder an einer anderen Infektionserkrankung, nicht aber an Covid-19 gestorben. Was soll ich sagen? Wir haben ja letzte Woche oder diese Woche Anfang, glaube ich, den Bericht drinnen gehabt, dass Landratsämter die Obduktion verweigern von Menschen, die unmittelbar oder mittelbar nach der Impfung verstorben sind und dann frage ich mich, wie wollen die das denn hier wirklich abschließend behaupten, dass das nicht von der Impfung kommt? Sie tun es nach wie vor, der gleiche Bericht. Es ist leider ein Drama und dramatischer wird es heute, wenn ich unseren Herrn Söder im Kabinett höre. Also er ist ja sowieso, ich spare mir meine Worte, weil ich möchte ja nicht beeinflussen, aber ich kann euch mal kurz noch vorspielen, was er heute in der Kabinettssitzung vorgetragen hat. Impfen ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, da glaube ich, sind wir alle einer Meinung, die einzige dann tatsächlich echte Langzeitstrategie. Übrigens nicht nur für dieses Jahr, sondern dauerhaft. Impfen rettet Leben, Impfen gibt Normalität. Jeder übrigens, der heute immer noch aus tiefer Überzeugung das Impfen verunglimpft, führt dazu, dass er definitiv auf Dauer Leben gefährdet und Normalität verhindert. Und darum bitte ich alle, die immer noch in ihren Verschwörungsblasen hängen, das aufzugeben, rauszukommen und nicht aus ideologischen oder sonst wie spirituellen Gründen dagegen zu sein. Impfen ist die große Hoffnung unserer Zeit. Alle müssen da mitmachen und alle müssen sich dahinter stellen. Tja, was sagt er da dazu? Er wiederholt es täglich. Egal wo er hinkommt, egal in welcher Pressekonferenz, egal in welcher Sitzung, genau das wiederholt er immer und immer wieder. Impfen nicht nur dieses Jahr, sondern auch in Zukunft. Und jetzt mal ganz ehrlich, er ist doch derjenige, der momentan hier die Menschen spaltet. Er sagt doch ganz klar, wenn du dich nicht impfen lässt, dann bist du eine Gefahr. Also komm raus aus deiner Blase, hol dir deinen Impftermin und geh dich impfen. Und ich sage dazu, Herr Söder, ohne mich. Und da ist, mir sieht es wieder, es ist einfach wichtig zu sagen, ich lasse mich nicht impfen. Ihr kennt unsere Button-Aktion, die Aktion Zeichen setzen, hier nochmal für euch und zeigt denen da draußen, dass wir da einfach nicht mitmachen. Also ich kann es euch nur ins Herz legen. Wenn ihr Interesse habt, bei der Aktion mitzumachen, schickt mir eine E-Mail an free-truth-media-gmx.de, bekommt ihr ein Bestellformular. Und ich bin manchmal echt sprachlos, was der Mensch von sich lässt. Und er haut es jedes Mal noch krasser raus. Und jetzt spaltet er und wirft uns vor, dass wir dann die Gefahr für die anderen sind. Herr Söder, ohne uns und ohne mich, das war es für diese Woche. Ich hoffe, ich habe es euch heute nochmal gut zusammenfassen können. Es war viel die Woche, es ist viel passiert, aber jetzt kommt das Wochenende. Lasst uns ein bisschen runterkommen und vor allen Dingen, damit es wirklich gut funktioniert, gebe ich euch einen Tipp, Radio, Fernseher aus. Geht raus in die Natur, trefft euch vielleicht mit Menschen an irgendwelchen Plätzen, wo man seine Meinung kundgeben kann, weil einfach mal mit Menschen, die gleich denken. Und ich habe die letzten Stunden und seit gestern so viele tolle E-Mails bekommen von Menschen. Und mir fällt auf, viele Menschen sind echt verunsichert und haben Angst und sagen, oh Mann, was kommt da noch auf uns zu? Ich weiß es nicht, was auf uns zukommt, aber ich kann nur eins sagen, wir sind viele. Und was wirklich der Fall ist, wir werden immer mehr. Ich merke das auch bei mir in den Gruppen und da passiert ganz viel Interaktion und die Leute tauschen sich im Telegram in meinen Kanälen aus und sind nett zueinander und bauen sich auf. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, uns gegenseitig aufzubauen. Vernetzt euch, trefft euch, tauscht euch aus, baut euch auf, aber lasst euch bitte nicht runterziehen und lasst euch nicht spalten. Wir sind schon einige und die können jetzt noch meinen, dass sie uns vielleicht in diese Impfpflicht doch noch irgendwie reindrücken können, aber ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, wir schaffen es, dann nicht mitzumachen. Ganz ehrlich, meine Meinung. Macht einfach Radio, Fernseher aus, genießt das Wochenende. Wenn es was Wichtiges gibt, ihr wisst, dann komme ich nochmal online. Also abonniert und klickt die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Ansonsten dürft ihr natürlich auch wieder kommentieren. Ihr wisst, fair, sachlich, konstruktiv. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Abonniert den Kanal, wenn ihr ihn toll findet. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, schickt eine E-Mail an free-truth-media.gmx.de, bestellt euch die Button, dass da draußen eine klare Flagge gezeigt wird und ein Zeichen gesetzt wird. Und ich sage natürlich auch nochmal in dieser Woche und heute ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung und für die ganzen Menschen, die mich unterstützen. Und wenn auch ihr mich unterstützen wollt, schaut in die Kanal-Info, da erfahrt ihr, wie es möglich ist. Und jetzt an dieser Stelle, bleibt in der Mitte, lasst euch nicht spalten und glaubt mir eins, wir werden immer mehr. In diesem Sinne, schönes Wochenende, danke fürs Zuschauen und spätestens bis Montag. Tschüss zusammen. Musik 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 Musik